ja meine damen und damit recht herzlich willkommen zu einer neuen folgte bf rf modifikation in der finalen version frau 1.0 ich habe alles eingerichtet damit können wir gleich mal den spaß losgehen dann gucken wir mal was uns alles so schönes erwartet schöner geldtransporter nicht schlecht fahrlässige brandstiftung bma hat auch ausgelöst wir schicken einmal den zu groß sind und dann machen wir gleich ein sehr schönes downgrade ich liebe diese beiden besonders t4 neben durfte ich damals als kind auch mal beim tacht auf der türen mitfahren wir schmeißen auch gleich mal die freiwillige hier mit raus fahrzeug 26 so hier ist er einmal anlegen fahrzeug 39 hier kommt auch zum Beispiel, das ist schön so, ja das geht wohl ein bisschen ungünstig das ist da aber auch ein sehr geiler also bis jetzt sehe ich jetzt hier in irgendeiner weise alles vor für den fall der fälle also bis jetzt wir noch keine fahrlässige brandstiftung beziehungsweise sehe ich jetzt auch hier noch kein und wird nicht zum fahrzeug die punkt ist also gestartet ja wie wir sehen eigentlich sehen wir hier nix wahrscheinlich machen natürlich gleich hier weiter ich will nur was die entsprechen einsatzfahrzeuge hier abstehen wozu wir haben soweit alles eigentlich die bmw zurückstellen da ja augenscheinlich nix ist derweil wenn wir hier unsere streifen ausschicken sie gesagt das war tatsächlich liebe ist liebe dieses hauzeug mit 4 und geiler streichmann finde ich gut der neue mercedes vito der sieht auch nicht schlecht aus aber wie gesagt ich feier den t4 wenn einmal zurückstellen da ja nix ist ne also ihr seht es brennt hier auch nix ok jetzt habe ich es gesehen gut dann rückt ihr bitte einmal vor fahrzeug 45 hat mich jetzt doch gesehen augenscheinlich hier ihr könnt auch schon mal zurückfahren da dauert es noch einen moment mal eine verbindung zum vorderen fahrzeug herstellen gut du schon mal du schon mal du schon mal einmal bitte in das gebäude aber ein 4 5 6 und also aber auch ein geiles future muss ich ganz ehrlich sagen dass wir mit diesen zurückbauen bin ich sehr nice gemacht und stiftung immer fahrzeug 34 fahrzeug ein löszug hin hier können wir auch einmal zurücksetzen einmal zurück bauen kann aber dann auch mal die beiden auch mit runterziehen und zwar der geht dahin die stellt sich bitte einmal dahin du dann einmal dahin diese hässliche pissnäcke die hier auf einsatzkräfte los geht ich glaube es hat ich glaube es knuspert bei dem vollhorst nicht ganz sauber so zack gut ihr habt euch noch nicht rumgezogen das ist das ist gut so dann bitte einmal dahin stellen ein halb da geht jetzt ein paar autos rummachen jetzt nehmen wir jetzt auch mal einmal so hin auf dem weg kein problem so höre höre bin unterwegs so du stellst dich nämlich einmal bitte da hin ist von der seite ran ist von der seite ran ja auf dem weg wird gemacht so du nach da du nach da so einmal bitte da hin ihr dahin und hier wird gemacht du einmal nach unterwegs ja gut so dann ist ja ein schlauch zack und hier hinten machst du und du verstanden ja ihr zwei und hier die wird gemacht schon unterwegs zweites feuer was gibt es unterwegs aber hier haben wir die sachlage soweit unter kontrolle also fahrzeug 26 auf der schnell aus auch einmal zusammen genau anschließt da wird weggebracht dann einmal zusammenpacken fahrzeug 26 einmal schnell angriff vorgenommen ein rücken ein rücken ein rücken fahrzeug 22 einrücken auch erledigt die fahrzeuge sind abgebrannt ansonsten haben wir eigentlich den einsatz erledigt also jetzt haben wir einsätze gewalt verbrechen dann gehst du bitte einmal nach unten und du dich einmal um die flachpfeife kümmerst ein bisschen zügiger hier redet nicht meinen schönen alten funkstreifen anruft ballern so er geht einmal es geht um die person die forder notfall infarkt dann schickt man den aus b rt und rf raus aus der guide den finde ich auch sehr schick den rtw sind karte wie der karte ist man eigentlich von vorne guckt man schenken das sind eigentlich drei rtw ist er und er sind rtw auch sehr geil von den lights her gewohnt der 64 83 1 das ist halt auch sehr geil ist dass man den neueren rtw hier dauern kann durch diesen rtw kannst du da und wenn du das denn rtw genauso aussieht wie er hier er ist natürlich wenn du hier das fahrzeug zum beispiel abgrain könntest dass sie denn halt so aussieht wie er hier ich verstehe das ehrlich gesagt nicht so ganz wie es immer sein kann dass die tür ihr habt gerade sehen die person lag vor der tür wir konnten die person vor der tür behandeln schlag anfall höhere blutung und wir schicken einmal das neffen natürlich auch hier muss ein bisschen ordnung sein keine sorge auch sehr interessant als beides gleichen auch die meldungen hier auf dem find ich sehr geil gemacht die meldungen so wie sie hier gerade reinkam sind echt geil leichte ich auch ja 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 mal gucken dass wir den patienten zu weitere maßnahmen durchgeführt da gibt es dann einmal mit notarzt begleitet ohne sonderrechte ins krankenhaus so gut er war das ist jetzt auch eine einsatzstelle eingetroffen das meine ich nämlich echt geil gemacht die rettung über die nicht zu sein dann einmal von nord das nicht aus da dieses sonderrechte gesagt ich finde ja das blau dicht auch sehr geil gemacht das einzige was komisch ist ist hier die sonderrechte an da die sonderrechte aus die nachforderung ich finde den rtw so geil auch sehr schön von den lights her also hier ist definitiv naja jetzt hätten wir auf jeden fall schon der notarzt frei und da hast du nämlich den einsatz fort abbrechen das ist jetzt nämlich das unschöne hier hat sich jetzt nicht die wl so ein bisschen schau mal hier hin sind schon explodiert genau das sieht schon mal besser aus nein sie hier zur seite also hier geht es wirklich schlag auf schlag ein einsatz nach dem anderen und welches notarzt genau ausschicken fahrzeug fahrzeug 15 fahrzeug 15 fahrzeug 15 fahrzeug 15 fahrzeug 34 fahrzeug 13 fahrzeug 20 fahrzeug 22 wofür ihr macht euch bitte auch wieder einmal startkampf gut ihr umgeholt einsatzfahrt der drd abgebrochen kein problem fahrzeug ein fahrzeug höre verstanden höre und so dann schmeißt du dir einmal die a an ja schon unterwegs fahrzeug 18 bedienst die pumpe auf dem weg auf dem weg auf dem weg auf dem weg so gucken wir hier auch einmal struktur rein verletzte haben wir einmal fahrzeug 26 von hier unten einmal schicken fahrzeug 48 hören einmal das nef und ich sie ok gut das nef raus ok das auch nicht gut auch nicht schlecht so die beim rtb raus vom ausbauen was gibt's wird umgehen den rtb noch mit raus gut so die die feuer spielen finde ich schön da liegt er so die freiwillige feuerwehrung noch mit fahrzeug 6 so geht es einmal ins gebäude das gebäude ist verschlossen cfix wird rausgeholt und du wachst zu sagen wir können zusammenpacken da benötigen wir einmal die hohe an der founders t x 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 Los geht's. Ja? Ist in Arbeit. Bin unterwegs. Sofort. Ja? Wird umgehend durchgeführt. Bin unterwegs. Gut gut. Da wird die Pool noch benötigt. Ja? 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 Auf dem Weg. Was gibt's? Ist in Arbeit. Ist in Arbeit. Oh. Oh. Ach so. 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 Ach so.